Hallo und willkommen zurück zur Nacht 4 und die Welle hat begonnen. Freunde, es geht los. Ich, äh, ja. Es kann eigentlich nur schön werden, wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, woher sie kommen, da ich nirgends wo gucken kann. Ähm, das Problem ist... Hau ab, Vogel. Ich bin mir nicht sicher, woher sie kommen. Ich hätte gerne so einen Hochstand hier, wo man irgendwie aufs Haus klettern kann. Das wäre super. Das wäre richtig cool. Tür ist zu, ne? Wir müssten uns schnell verkrümeln, sobald die kommen, ne? Hm. Was mache ich denn jetzt? Ich habe nichts zum Bauen, ne? Ich kann nicht irgendwie mal ne... Nimm mal ein Fundament bauen oder so. Ich habe ja meinen Respawn, äh, gespeichert, ne? Ha! Ich kann ja mal die Tür auflassen, weil dann versuchen die ja von vorne zu kommen, oder? Äh, ich speichere mal eben meinen Respawn. Ja, sie kommen. Respawn-Punkt wurde gesetzt. So, sie werden ja wahrscheinlich versuchen... Die ist tot, glaube ich. Ja. Für die Wand zum Ersetzen habe ich nichts. Ich hoffe, die spawnen nicht hier drin. Da kommt jemand. Oh, nein, hau auf damit. Oh, hoffentlich sterben die alle. Ich hoffe, die sterben. Oh, nein. Ich gucke mir das lieber vom Fenster aus an. Die Wände werden fallen, da bin ich mir sicher. Die Wände werden definitiv fallen. Das Problem ist, wir müssen diese Fenster hier aufpassen. Oh, da ist jemand tot. Ich stehe gerade im Fenster. Noch halten die Wände. Ich schätze, hier rechts wird die erste sein, die fallen wird. Lass die bitte sterben. Da ist wieder jemand gestorben. Funktioniert ganz gut. Oh, bitte. Oh, so ein dicker. Aber er nimmt Schaden. Das ist schon mal sehr gut, weil da ja auch ein bisschen doppelt ist da hinten die Ecke. Da ist wieder jemand gestorben. Puh, ja. Äh, Nacht vier und so, ne? Da ist kein Spike mehr, glaube ich. Oh, danke. Ich glaube, da ist kein Spike mehr. Bin mir nicht sicher. Oder? Vielleicht doch. Vielleicht mal woanders hingehen. Ob die dann vielleicht woanders herkommen. Also hier ist gar keiner anscheinend. Okay. Jetzt sind da auch wieder welche. Wahrscheinlich da, wo ich hingehe, da. Jetzt hätte sie sich an, als wäre eine... Oha. Könnt ihr bitte alle wegsterben? Das wäre ganz toll. Oh ja, die Tür ist gefallen. Die Tür ist gefallen. Kann ich hier werfen? Bestimmt nicht, ne? Gut, solange die die Wände einhauen, ist mir egal, weil da sind ja Dings. Da sind ja Spikes. Wir sind hier drin eigentlich safe, oder? Es ist noch keiner reingekommen. Es hat noch keiner versucht, hier die Dings einzuschlagen. Das Fenster hier. Oh fuck, sind das viele. Oh fuck, sind das viele. Das sind verdammt viele. Und hier sind, glaube ich, keine Spikes mehr groß. Ich glaube... Die Wand wird fallen. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich höre... Oh, hier versucht jemand reinzukommen. Oh, Alter. Was ist mit ihm denn? Was ist mit ihm denn? Wo kommt er denn her? Alter. Alter, durch das Fenster. Willst du mich verarschen? Oh. Durchs Fenster versucht er, die Kiste zu zerstören. Ernsthaft? Sein Scheiß ernst? Bruder. Da muss ich aber los. Könnte mal hier hinkommen. Bitte einmal hier hin. Hier sind so viele Spikes. Der hat uns, glaube ich, auch getroffen. Wir haben Leben verloren. Oh, da kommt noch jemand. Hallo. Na? Wie geht's denn so? Öh. Wieso nimmt der keinen Schaden? Wenn er da draufsteht. Das ist irgendwie komisch. Ah, jetzt. Was hat er denn? It's Mr. Clipping. Hallo. So, Kopf ab. Rüber ab. Und schon geht's. Die versuchen auf jeden Fall, die Wände zu zerstören. Warum auch immer. Äh. Was ist mit ihm? Oh, ähm. Ich sag ja, it's Mr. Clipping. Äh. Äh. Gehst du weg? Gehst du wieder da hin? Geh schön da hin. Lass dich zerstören. Mal, wieso? Vollidiot. Aber ist noch keiner irgendwie anders hier hingekommen, ne? Ja, ist auf jeden Fall jemand drin, aber. Willst du dich verarschen? Geh weg hier. Das ist mit ihm. Mr. Clipping ist wieder da. Mr. Clipping hat den Arm verloren. Ich hoffe, es kommt keiner rein. Bitte. Hallo, ich bin hier. Hallo. Es kommt noch mehr. Das ist nicht gut. Wir müssen noch mehr Spikes haben. Definitiv. Öh. Können wir mal weiter in die Spikes rennen? Hallo? Ich seh nix. Hilfe. Hier sind, glaub ich, noch ganz viele. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Spikes manchmal nicht wirken. Man muss die echt so ein bisschen übereinander stapeln. Damit die da richtig Schaden nehmen. Weil wenn die draus stehen, bringt das, glaub ich, gar nichts. Okay, er nimmt jetzt Schaden dadurch, aber. Okay. Vollidiot. Ich glaub, da ist noch jemand gestorben. Solange keiner diese Fenster zerstört, ist mir das eigentlich egal. Also die, die wir zugemauert haben. Oh, die müssen wir echt mit Ziegelstein zumauern. Das wär viel geiler. Weil da würden die auch mehr aushalten. Es scheinen, glaub ich, nicht mehr viele zu sein, oder? Das hört sich zumindest danach an. Ich hab Angst, die Tür aufzumachen, dass die dann reinkommen. Kannst du mal wieder hinkommen ein bisschen? Und wieder zurückgehen? Damit du da in die Spikes gehst. Hallo? Ich würd gern was werfen, aber ich kann nicht durch die Dings werfen. Oder? Doch. Das geht. Hörst du auf damit? Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. So. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Die nette Dame da hinten vielleicht? Wie so freudig läuft. Es sind nicht mehr viele, glaub ich, oder? Hallo? Ich bin hier am Fenster. Ich bin ein Leckerbissen. Aber irgendwie die Wende, muss ich sagen, bisher bin ich sehr stolz auf unsere Base. Und vor allem, wir haben jetzt schon Stunde zwei, ne? Wir konnten noch nichts machen weiter. Müssen immer noch ausharren. Aber es klappt besser wie die ersten Runden. Die ersten drei Nächte. Oder beziehungsweise ist ja Nacht drei, ne? Oder ist es Nacht vier? Ich weiß gar nicht. Es sind, glaub ich, nie mehr viele. Ich würd mich tatsächlich trauen nach außen. Mach mal die Tür auf, dann kommen die ja hin, ne? Jo. Es kommen ein paar hier hin. Zum Locken. Ich verlocke. Das war das falsche Fenster. Hä, war da einer drin? Ne, ich dachte schon. Ah. Hallo, junger Mann. Wo wollen sie hin? Oh. Äh, was mit ihm denn? Wo geht der hin? Was ist mit ihm? So, dann nehm ich mal alles auf. Äh, wenn ich könnte. Wenn ich wollen würde. Geht nicht. Er küsst noch den Boden. So, ähm. Hallo? Ich weiß, ich würd gern echt wissen, wie viele das noch sind. Das können gar nicht mehr viele sein. Viele sind das, glaub ich, nicht mehr. Alles nehmen. Schwupps. Nehmen. Oh, da kommt noch jemand. Äh. Oh. Oha. Oha. Uh. Bruder, da muss ich los. Okay, es sind doch noch einige, glaub ich. Denke ich. Wo ist er? Wo will der hin? Hör auf. Hörst du auf? Hörst du auf? Hör auf. Gib mal, gib mal wieder meine Dings her. Ach man, ich muss den treffen. Ernsthaft? Gott sei Dank. Alter, puh. 120 hab ich noch. Oh, ich glaub, die machen das Fenster kaputt, ne? Oder? Gott sei Dank. Ne, noch nicht. Oh, es sind doch noch so viele. Und ich dachte erst, puh. Da lief aber jemand noch auf dem Hof rum. Oh, doch noch viele. Na. Sehr schön. Also die Spikes tun, was sie sollen. Äh, sag mal. Wo will der hin, der Dicke? Sag mal. Ich hab keinen Bock, dass sie unser Lager zerstören. Worauf kloppt der da? Was ist mit der Ollen? Geh weg vom Fenster. Immer diese Nachbarn. Oh. 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 Mädchen. Strick mir deine Beine hinaus. Ah, hier. Oh. Vollidiot. Alter, wie viel... Öh. Öh. Fettsack, geh weg. Wie viele sind denn das jetzt noch? Es hört sich nicht mehr viel an. Oh, da hinten die Mauer ist gefallen. Doch. Also die Mauer ist doch gefallen. Ich glaub, das war's gleich. Ich glaub, wir haben's. War's das? Was? Ich glaub, das war's. Ich glaub, das war's. Nur noch vereinzelte? Ich glaub, das war's. Ich glaub, das war's. Da hinten ist nur noch einer, der noch wegschirbt. Oh. Alter, wie gut unsere Base ist. Freunde. Ich glaube... Das isse. Wir haben die richtige Base gefunden. Hier ist ein Stück Mauer gefallen. Da. Das Tor ist gefallen. Ansonsten ist alles heile geblieben. Und wir konnten uns gut verteidigen. Sehr gut verteidigen sogar, muss man sagen. So, ich sammle dann jetzt erstmal auf. Oh, und wir sind nicht gestorben. Was ist denn mit dem jungen Mann da? Ich muss jetzt erstmal gleich hier eine Brücke bauen. Oder ich muss irgendwie das Ding zerstören. Oh. Okay, wir sollten vielleicht an den Fenstern nicht dran bauen. Oh, guck mal hier. Ähm. Weil die doch sehr, sehr aggressiv sind. Oder wir bauen unten unser Haus herum auch nochmal Spikes. Bis zur Tür. Zur Vorsicht. So. Jetzt, wie krieg ich das hier weg? Kann ich das einfach zerstören mit der Axt? Oder wie geht das? Kann ich das einfach zerstören? Ah, ich mach mal Dings. Ich hole mal lieber den Hammer. Ever had a hammer. Äh, warte. Ja, lass den mal. Auf jeden Fall haben wir die Welle gut überstanden, muss ich sagen. Sehr, sehr gut sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ever had a hammer. The hammer in the morning. The hammer in the evening. Link. La, la, la. Elf mal have a hammer. So. Ähm. Der junge Mann ist auch gestorben, was sehr schön ist. Jetzt kommen noch so Vereinzelte und so. So, ich reiß mal eben die Spikes hier ab. Geh hier vorne. Sehr schön. So. Gut. Ach, ist das schön. Ich nehm mal alles hier mit. Einfach nur einsammeln. So. Zack. Schwupps. Und wir haben schon. Oh. Oh, da liegt ein Vogel. Oh. Äh. Da kommt jemand. Treffe nicht. Jetzt. Jetzt treffe ich ihn. Äh. Aua. Äh. Was ist das denn? I. Ah. Äh. Kommt der denn her? Ja. 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 Alter. Hab ich mich jetzt erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Immer diese Nachbarn. So. Ich sammle jetzt erstmal fleißig ein. Hier vor unserer Tür ist ja einiges gekommen. Einiges liegen geblieben. F nehmen. Oh. Hier sind auch welche. Hä? Wieso sind denn hier? Ah ne. Finden. Finden. Oh. Die können wir noch. Ich dachte hier sind so Säcke von. Zombies. Hab mich schon gewundert. Warum sind die denn da gestorben? So. Wir brauchen auch Leben. So. Jetzt nehmen wir mit. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Sehr schön. Oh. Was feier ich das? Dass das so gut funktioniert hat. Hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Voll geil. Geil. Ja gut. Die letzten Zombies die jetzt kamen. Das waren noch so Überbleibsel. Aber das hat doch relativ gut funktioniert. Ohne dass wir irgendwie viel Waffen brauchten oder so. Also viel Speere oder so ein Kram. Die Türen, den ganzen Kram. Das können wir noch nachbauen. Das ist nicht das Problem. Das können wir ja wieder aufbauen. Ähm. Voll geil. Stück Eisen 27. Damit können wir echt wieder Wände bauen und so Kram. Und das Tor. Was ich glaube ich auch wieder aufbauen wollen würde. Können wir sogar tatsächlich direkt bauen. Mach ich auch. Mach ich auch direkt. Dann haben wir es direkt wieder stehen. Ähm. So warte. Ich mach mal niedriger. Und da müssen wir natürlich wieder gucken. Dass wir wieder einigermaßen gerade kommen. Ich seh's halt nur nicht. Das ist so mein Problem. Ich glaube wenn ich das so mache. Ist das glaube ich gerade. Und auch an der Dings dran. Da ist zu. Da ist auch schön zu. Sehr schön. Und wir können Tür öffnen. Und Tor schließen. Und sind super geschützt. Die Wand können wir glaube ich auch wieder aufbauen. Wir müssen natürlich auch reparieren. Wir können glaube ich auch upgraden mit Mahama. Wenn ich mich recht entsinne. Oder die Wände. Das geht glaube ich. Muss man mal eben kurz gucken. So Wand bauen. So niedriger. Und dann einmal bitte unsnappen.